Aussetzer von König Charles III. Hier lüppiert der Monarch die britische Premierministerin Liz Truss bei einem Treffen im Buckingham-Palast. Der König begrüßt die Politikerin mit den Worten »Back again, oh dear, oh dear«, was so viel bedeutet wie »Wieder da, oje, oje«. Truss trägt die unfreundliche Begrüßung mit Fassung, aber das kurze Video sorgt nicht nur in Großbritannien für Diskussionen. Schon bei den Zeremonien zur Ausrufung des neuen Königs kam es zu einem royalen Fauxpas. Ein Diener muss auf Geheiß des ungehaltenen Monarchen Schreibutensilien entfernen, die ihn stören. Wenig später spottet die Welt über diesen Auftritt, als er über einen auslaufenden Füller flucht. Jetzt also ein erneuter Ausrutscher – dieses Mal gegenüber der englischen Premierministerin. Überhaupt nicht Gentleman-like und schon gar nicht königlich. Der König, bei diesem Mal wiederherum. Der König, der wir in der« Wunsch – das war ein Delft. Untertitelung des ZDF, 2020